Yvonne, ich hab jetzt gerade leider keinen Elvis-Song gehört zur... Seid ihr Zwilling hier oder sowas? Wer? Du und Thomas, ey! Wieso? Ich hab die gleichen Haare! Das war mega kwieisch! Weißt du, wo ich den Shark nochmal stehen hatte? So, ich guck mal nach der nächsten Mission. Ich hab ein Auto bestellt, was wir zu viert nutzen können. Weil wir dieselben Partien haben. Was? Das ist... Herz auf! Sorry! Das ist der Nike Shark. Also, der explodiert gerade alles. Dem Wagen passiert nichts. Das meinte ich nicht. Ich rufe mir die Kopfkarte ran. Ich war die jetzt. Wieder, wieder. Ich bin auch schon dran am Lester. Ich mach das auch. Lester. Schon erledigt. Wie könnt ihr mit Lester-Zähne von dem Ganzen, der gerade hier bei mir an der Cupsien ist? Ja, jetzt ist er wohl gerne. Ich will so kurz verweisen an der Cups-Zähne auch gerade. Die Kopf hängen fest. Ja, der fährt jetzt wieder an den Baum. Und hupt dann. Der hupt den Baum an. Wir fahren in der Süßerspolizei. Ich bin gleich mit Markus. Das ist von der letzten im Trun, ne? Was? Von meiner jetzigen Crew ist das die Crew von mir und Eva. Okay. Das ist auch ganz okay eigentlich. Den habe ich so gestylt. Ja, ich habe meinen einfach bewusst, dass sie sei dieses Schwarz-Grün. Wie viele Autos von... Wo Ibi und ich rechte Hand drin sind. Was mit dem Heim jetzt hier? Wie sind denn das Spielhalle? Nee, der eine Typ meint. Hat das aber der letzte Zehn, aber eigentlich kann man den auch in Ruhe ist. Und wie gesagt, das ist der, der bei Missionen oder im Krisengebiet meist und bis Schritte ausgelt. Der voll aufgetübt, so panzert aus. Der voll aufgetübt, so panzert aus. Nee, 15 Raketen hält der aus. Okay. Von NK2. Jetzt wird kostet der? 1,5. Und gepanzert. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir den mal an. Guck mal, wenn wir den Fächcock aufbekommen. Reisentransport. Den findest du bei Mera. Bei dem, hier liegt der Fahrzeug. Da brauchst du aber eine mobile Kommandozentrale, um ihn dann komplett auszulusten. Der kann auch schießen. Ach so, ich dachte, wäre jetzt irgendwie so ein Auto gewesen, was man jetzt unbedingt. Ich glaube, mit dem LKW habe ich nur so. Irgendwer hat schon wieder Ärger mit dem Kopf. Da bin ich nicht, keine Runde. Hä? So. Markus, das war gerade der grusigste Back-to-Ever. Ich stand... Ich stand neben dir als dich. Okay. Mission. Ich habe mich gerade gesagt, ich... Ich habe mich mit dich verwandten. Sie sagst du mir mit... Ich bin da ganz viel noch... Ich bin da ganz viel noch begebracht. Iwan? Kevin? Hier. Ich bin da... Ich sitze... Ich sitze mit dir im Auto. Hä? Ich sitze mit dir im Auto schon. Der andere beiden, die stehen noch da. wieso ist brandl hier in der lobby ist aber anscheinend nein ja der ist online in gta aber der ist nicht in der lobby also der lobby sind wir zu fünft also wir vier und der andere da der ist hier in der lobby und selbst wenn es mir egal soll der lobby sein ich habe kein problem mit sagen wir uns in ruhe lässt um unsere mission machen lässt es mir das hat sich egal wer hier drin ist ich habe dann ja auch in ruhe der andere der damit drin ist ich habe auch schon gesagt dass der jetzt online kommt bei der online gegangen ist dann geht der meiste so geht ja ich habe nichts gebrennen muss ich sagen so egal sie spielen rein gehen ja er muss reingehen wir können alle das machen mache ein foto vom haupteingang und dann muss noch ein foto vom dach gemacht werden dach eingänge so wirst du drinnen kann sich noch das gesiede einfach ich bin draußen kann das nur mal mit dem autor hinten anderen beiden an der unterführung den einen eingangs knüpfen weil sie dort gibt es will in den nächsten ich weiß nicht mehr nicht mehr muss ich die komplette Befügung zu fotografieren oder umgegeben was anderes nur einmal da wo die Kamera ist wo der Zugang für den Welttransporter ist ich bin auch die auf dem Dach die Gänge Dann haben wir die schon mal wieder. So, warte mal. Hier. So, warte mal jetzt machen. Ja, die Sicherheitsrunde muss man aussehen. Der hat den Volk jetzt mit mit Hut russet, der arme Kerl. Oh, jetzt eine Tür mit Sicherheitsfeld, das wusste ich nicht. Steht er bei dir bei Les, das schickt er. Ja, ich habe schon zwei Bilder schon zu ihm geschickt. Ein Tür mit Sicherheitsfeld. Wo haben wir hier eine Tür mit Sicherheitsfeld? Ja. Eigentlich ist hier vielleicht oder so. Nee. Nein, das nicht. Hier müsste ich alles was haben. Die Außenkamera, die Tür fotografiert. Ah, hier. Hast du eine Tür, Kev? Ja, hinten rechts die Tür an dieser Leuchte waren, wo die Diamanten runterkommen, weißt du? Ich glaube zumindest. Ja, das war die. Ich habe schon geschickt. Ich habe jetzt aufgeflüßt. So. Okay, ich komme jetzt raus. Ihr seid noch drin, ne? Ja, da steht nämlich da, man kann auch noch mehr Sachen rausfinden. Ja. Vielleicht müssen wir ein zweites Mal nochmal rein. Und dann sind die am Dach und die außen eingegangen. Okay. Ja, bitte. Ich habe schon fotografiert oder alles? Na, die Jungs sind drin. Du hast ja das fotografiert, wo der Welttransporter reinfällt. Dann gibt es noch einen ganz anderen Zugang. Hier war ich jetzt runter. Wir stehen draußen vor der Tür. Scheiße. Ja. Was hast du getan? Ich bin spät gezogen. Mit dem Fallschirm. Ist ja gut, ich fahre. Auch mal fahren, wenn ihr wollt. Ja, ich fahre ihn ja schon. Steigt reiche, Jungs. Oh Gott. Weg. Mein Platz. Setz alle festhalten. Kann schlecht werden bei der Fahrt. Na. Frau im Steuer, das wird teuer, ne? Ja. Ja. Okay. Aber wenn unbedingt, was willst du? Warte schön. Aber. Ich habe gerade, ich habe gerade Ego-Perspektive. Ich sehe also nicht was draußen. So alles vorsichtig. Das ist gut. Das willst du auch gar nicht. Ich sehe nur, wie es Käffi hinten auf dem Rücksitz. So. Schön. Aufspiel abgeschlossen, sehr gut. Aufspiel abgeschlossen, sehr gut. Ja. Ja. Heiliers. Vielen Dank.